Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag, heute ist der 9.4.2021. Es ist 7.53 und ich bin seit etwas über einer Stunde wach. Eigentlich wollte ich erst um 8 aufstehen, aber irgendwie war ich so halb sieben schon wach und um sieben trampelte es dann über mir oder unter mir, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr einschätzen, rum. Und dann dachte ich mir, oh, steppst du rein, noch eine Stunde schlafen oder aufstehen? Ich habe mich fürs Aufstehen entschieden. Ja, es ist Wochenende, der Freitag ist da, schneller als gedacht, aber was vielleicht daran liegt, dass ich zum einen, einen halben Tag mal ausgefallen bin und da die Zeit ein bisschen vorgespült habe und zum anderen die Woche auch noch vier Tage hatte, weil wir ja Ostermontag hatten diese Woche. Ja, ich bin guter Dinge und freue mich auf einen kurzen, knappen, prägnanten, entspannten Tag. Wir gucken mal, ob das so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, aber ich glaube schon. 9.30 Uhr, also in anderthalb Stunden haben wir Team-Meeting, dann haben wir um 10 Uhr nochmal ein Meeting und, ja, das war es glaube ich dann auch schon für heute. Ein paar E-Mails bearbeiten, Nacharbeit für ein paar Themen von gestern und Vorarbeit für nächste Woche, aber ansonsten wird das alles recht entspannt werden. Ähm, gestern habe ich Offstream ein wenig Elite Dangerous gespielt, Elite Dangerous, äh, ne, mit Raumschiffen und so rumgeflogen, äh, zusammen mit dem Buff und, äh, der Arnie irgendwie wollte nicht, der hat so gemacht, nö, ich warte, bis ihr fertig seid, dann hole ich mein Geld ab, wobei, das hat er mit, nicht mit mir gemacht, das hat er mit dem Buff gemacht, aber das haben wir alle schon mal gemacht in Elite, da gibt's ja irgendwie so Wing-Missionen und du musst nicht eine Tonne Ware liefern, äh, und kriegst trotzdem deinen Anteil, das ist schon nicht schlecht, das ist schon sehr kollegial, sagen wir mal so. Äh, ja, und dann gucken wir mal, ob wir heute vielleicht auch wieder ein bisschen Elite zocken, wir schauen einfach mal. Äh, um 15 Uhr ist bei mir heute wieder Brethage dran, wir haben ja letzte Woche irgendwie die Kapitänskajüte erreicht von unserem Schiff, was uns transportiert hat, aber was nicht mehr bei einem Stück ist, das ist alles auseinandergerobt. Und als wir uns dann endlich in die Kapitänskajüte reingehackt haben, ist irgendwie ein Teil der Brücke weggeflogen und explodiert, zum Glück ist es weggeflogen und dann explodiert, ne, nicht umgedreht. Ja, und jetzt haben wir irgendwie so ein Shuttle gefunden, ich muss mal kurz husten. Äh, wir haben einen Shuttle gefunden und darin können wir jetzt, äh, bauen und schlafen und Luft holen und heute wenden wir uns mal in der näheren Umgebung dieses Reparaturshuttles, jetzt ist es glaube ich sogar, äh, umschauen, was da so für Sachen sind und vielleicht kann man ja irgendwo mal sich dann mal, äh, hier so eine Station bauen, so einen Außenposten, äh, das wäre schön, aber wir gucken mal, wir schauen mal. Ja, ja, ansonsten, es ist Wochenende, geplant ist nichts großartig, äh, ich überlege immer noch, ob ich Nadine anhaue und frage, wie es aussieht oder ob ich einfach warte, bis ich Urlaub habe. Ich habe am 26. und 27. April mir, äh, jeweils einen Urlaubstag genommen, also so eine zwei, äh, da im Mai irgendwie eine längerefristige Vertretung für einen Kollegen ansteht, äh, und ich da wahrscheinlich nicht Urlaub nehmen kann, dachte ich mir, so machst du zumindest im April nochmal, mh, ein, zwei Tage frei und da könnte ich ja dann nach, äh, Oranienburg fahren und mir die Haare schnibbeln lassen, wenn es dann noch geht, ist die Frage, ne, kommt jetzt ein großer Lockdown, ein harter Lockdown, wo wieder alles, äh, komplett eingeschränkt wird oder nicht? Wir wissen es nicht, wir werden es sehen, ich denke mal nächsten Montag werden die wieder die Köppe zusammenstecken und uns informieren, ha, ja, ansonsten ist alles gut, also ich kann mich nicht beklagen, Arbeit läuft, äh, ich bin gesund, äh, ich hab Essen, ich hab Trinken, ich hab ein Bett, ich hab Internet, ich hab Spiele, ich hab Freunde, ich hab Familie, also, jammern wäre wirklich sehr, äh, unangebracht, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht jammern darüber, dass man sich nicht bewegt, dass man ein faulet Schwein ist, aber, ja, das hatte ich auch schon vor Corona, dieses faul sein, diesen faulen Schweinehund, der vor einem liegt und sagt, ach komm, leg dich doch nochmal hin, du brauchst jetzt noch nicht aufstehen, ach, nee, ach, mach langsam, so in die Richtung und den gab's schon immer, von daher, ja, bin ich da gar nicht, äh, so zusätzlich, äh, traurig drüber. Gut, das ist es erstmal von mir, kommt alle gut ins Wochenende, wenn ihr mögt, sehen wir uns, wie gesagt, nachher so ab 15 Uhr auf meinem Twitch-Kanal und ansonsten bestimmt am Wochenende, äh, Samstag, also morgen ist wieder Days Gone am Start und am Sonntag ist das Trending weiter dran und am Sonntag werde ich sehr wahrscheinlich, äh, nicht die Autobahn weiterbauen, weil das, äh, ist ein, äh, ja, recht umfangreiches Unterfangen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob man das überhaupt irgendwie fertigstellen kann, ohne Wochen, Monate lang, äh, Materialien zu grinden, aber, äh, wir haben ja ein gutes Stück der Autobahn gebaut und den Rest schleppen wir dann Mama, Mama durch die Gegend, das wird schon, wird schon schief gehen. Gut, na dann, also, schönen Tag, kommt gut durch, kommt gut ins Wochenende, bis später oder bis zum, äh, nächsten täglichen Vlog hier auf diesem Kanal. Also, ich bin weg. Tschüss!